Wir suchen Auszubildende mit Interesse und Leidenschaft für Finanzen und Wirtschaft. Schon in der Ausbildung lernst du, unsere Top-UnternehmerInnen und Start-Ups zu betreuen. Mich begeistert immer wieder das Thema Start-Up-Finanzierung und Gründungen. Das ist der spannendste Bereich, den wir hier haben. Wir wissen nie, was auf uns zukommt. Jedes Geschäftsmodell ist anders. Man muss sich in kurzer Zeit immer wieder reindenken können in die neuen Unternehmen und Selbstständigen. Ich glaube, wenn man bei einer Commerzbank arbeitet, die weltweit agiert, hat man auch ganz andere Kunden. Was mich im Bereich der Unternehmerkunden schon immer fasziniert hat, ist die Verknüpfung, dass wir sowohl die privaten Finanzen als auch die geschäftlichen betreuen. Da macht es Spaß, den Kunden zuzuhören, was sie bisher in ihrem Leben geschafft haben. Und wir als Bank können sie dabei auf diesem Weg begleiten. Nach der Ausbildung als Bankkaufmann hat man alle Führer und Wege offen. Und du dachtest, du passt hier nicht rein? Wir haben dich hoffentlich vom Gegenteil überzeugt. Komm zu uns und bewirb dich jetzt!